Geilomat! War cool gerade! Das war... Mit den 5 Sternen hatte ich jetzt auch nicht gerechnet. Guri Guri! Freie Wahl für dich. Hochgebirge ist... Da hab ich 5. Aber ist kein Problem. Ich hab ja 9 Helden. Dann machen wir das. Bereit? Was eigentlich auch so ein Ding ist, was man zu zweit machen müsste. Äh, zu dritt. Nicht zu zweit. Was drehe ich dann schon wieder? Cygnus! Gut, dann spiel ich jetzt zum ersten Mal Cygnus gleich. Möchtest du? Was habe ich jetzt gedrückt? Da du das Spiel erstellt hast, werden alle Spiele aus dem Spiel geworfen, wenn du es verlässt. Willst du das? Nein, will ich nicht. Wo habe ich denn gedrückt? Auf welche Taste? Hm. Da hab ich grad ein bisschen Schreck gekriegt. Ja, da hätte ich 30 Mini 25 Minuten Sperre gekriegt. Nee. Das wollen wir ja mal auf gar keinen Fall. Ja. 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 Hm. Hm. Schauen wir mal, ob wir das zu zweit hinkriegen, die drei Dinger da. wird schon irgendwie wird das schon werden ganz zum schluss kommen da flitzer das ist ja mein skill hier verringert erlittenen schaden wenn sein mann ab einer volles aber das ganze langsam unterwegs wenn er läuft aus der alte mann ein 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 Koi das kam jetzt die ganze zeit nur diese brocken jan dieser kamen die großen die ganze zeit nachher hier ich bin mir nicht mehr ganz sicher don't have enough coins hast du alles alleine gekillt oder nicht ich habe ich habe kaum kohle an denen muss ich mich jetzt erst mal gewöhnen ja in diesen Oh, das ist addicting. Hey, nicht durch, rennen, hier geblieben. Oh, wie bitte? Wie lange hält'n diese Spalten-Dings hier? A master without mana is nothing, sagt er. A master without mana is nothing. Oh, das ist schön. Der Boss Minion. The boss a nova, da kommt der auch gleich. Aua, 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 ich muss erst mal ein Stück zurück. es geht gar nicht muss auch abstand bleiben bei mir ist die musik schon ganz langsam ja da drüben ist ein bisschen da habe ich ganz viele spikies hingebaut fast good to be trapping again right there good spot for this was quatsch der op die ganze zeit aus mein helfer slow low 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 sinker der rift ich gehe nach rechts alles klar der opa singt meine ahne ich baue hier einfach alles dicht kann ich hier eine wand setzen habe ich noch genug zeug nein es reicht nicht unbedingt zu setzen doch jetzt hier so okay noch ein bisschen zeit schinden falls hier ich das nicht hinkriege weißt du ja fehlen uns natürlich jetzt zwei wächter auf der letzten tour ist halt so bomben jetzt kommen ja auch noch bomben wir sind hier irgendwo sind hier fallen äh dingsten ne ne alles gut keine barrikaden alles schick ich bin so ich bin so ich bin praktisch tot ich bin praktisch tot drei große fast voll bei mir ich bin zu alt für sowas ich bin zu alt für sowas ich kann mich voll beäumeln was er hier so für sprüche ablässt äh klar ich bin zu alt für das ähm die mitte habe ich am besten zugepflastert die lassen wir stehen in der mitte ist der boss na super ja mal gucken die meisten fallen würden müssten theoretisch alle plattmachen da ich hab schon wieder diese keulenschwänger das ist überhaupt nicht mein ding als opa da 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 kippen ja immer schon der weg der weg ist nicht so easy den schönen paar spielte bietet dann kurz bei mir hier zwei stück gut und drüber also ich glaube zu zweit ist zeit nicht so das ding und wir akrieren 1234 aber einfach zum guter hat wir müssen ja auch meister spielen das ist ja alles nur noch kindergarten für uns ja ne klar was war das jetzt hochgebirge ja steht ja gleich noch mal da ich habe so einen kleinen zettel da kreuzig alles ab da muss ich nicht jedes mal ins menü gucken sie hochgebirge so läuft so läuft so ich gehe auch eine kiste pju 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 dampffalle kann verbessert werden ich hatte auch dampffalle ich hatte auch dampffalle gerade jetzt musst du dir mal merken wenn du dampffalle hochleveln willst musst du hochgebirge gehen vielleicht ist das ja so eingestellt weil ich hatte es auch gerade ok so was hättest du denn jetzt gerne schauen wir mal hättest du denn da Boah, sicher? Die Krogonburg Das, dann lass mal die Krogonburg, da hab ich auch noch drei, aber das ist auch, das sind vier Dinger, die ist echt Hammer, dann lass uns nicht mehr was anderes machen. Tore von, Toriwort, ja komm, lass, probieren, probieren geht über studieren. Ich brauche meinen neuen, bam. Nö. Wissen, was der Charakter kann, ich drücke hier eh die ganze Zeit durchgehen, schießen, 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 schießen und bübsen und kriegsen und... Der kann noch irgend so ein komisches Ding hinsetzen, hab ich gesehen. Goodie. Da, 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 da... Machst du bitte dann unten die... Ah, hab ich die... Die Wandschubsedings muss ich mitnehmen, Sekunde. Die Wandschubser... Wie raus? Nochmal ganz raus? Dafür gibt's jetzt keinen Abbruch... Dings, ne? Nein. Also, wir brauchen auf jeden Fall... Bremsdinger für... Gott... Viereck... Wir brauchen auf jeden Fall Bremsdinger, weil unten kommen ja die ganzen Fischer alle angerannt, wie die beklopften. Und... Ich muss mitnehmen... Die von der Wand weg Schubser. Das ist erstmal unerheblich, weil... Ja, wat... Ich... Meine sind blau. Hehehehe. Hehehehe. Ok, 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 ok. Achso, jetzt muss ich mir beiden... Schildtypis... Schild... Typ... Sch... Oho, falsch angeklickt, komm her, jetzt her. So... Willst du das Spiel verlassen? Nein, ich will das Spiel nicht verlassen. Was wüsst ihr denn immer von mir? Weiter. ich sehe das sobald du bereit bist jetzt das icon das ist mein magier mein zauberer von wo einfach außen von links aus der liste der möglichen avatar bilder echt nicht ich fand den cool der soll lustig aus ich habe früher habe ich ganz ich habe jahrelang guild wars gespielt gilt was zwei und da war ich war ich 55 hp monk das sagt ihr wahrscheinlich nichts aber ich konnte alle ich konnte alle missionen und alles solo durchlaufen wo achte spielergruppen versagt haben so gut war ich ja alles war so gut ich hatte ich hatte millionen von spielgeld also was man da so erwirtschaften kann ich habe faktisch alles das war krass ich hatte auch eine der größten gillen auf dem server im spiel überhaupt und dann später hatte ich die größte deutsche community ja so zehn elf stunden am tag das war der hammer das hat wir hatten über 10.000 registrierte ts user war schon der hammer das problem war nur dass man dann irgendwann ist so viel dass man kein man hat einfach nicht mehr spielen können was nur noch mit administrativen aufgaben beschäftigt und dann habe ich dann irgendwann gesagt so dass ich kein bock mehr ständig wollte jemand was und das ich hatte so viele admins auf dem server auf dem test zu laufen dass die sich schon das streiten gekriegt haben untereinander weil es so viele waren alter ich kriegte vor auf die fresse richtig hier noch klappt oder was an die kann ich mich gar nicht erinnern ist erst denn und 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 so und so das war Für dieses? Da da! Da da! Das ist gut, nicht wahr? Wir werden! Schau mal! Unsere Beine sind wieder durchgezogen! Ich gucke gerade. Ich gucke gerade. Ich habe noch 3000 Moken und kosten 400. Das sollte reichen. Gut. Okidoki, das sollte reichen. Wenn nicht, dann sehe ich das. Ich achte da drauf. Boing. Boing. Gehen wir dann? Ne, das müsste genau stimmen. Und jetzt setze ich noch eine Piekser zum Ende hin. So, und der Rest muss jetzt alles nach hinten dann. Ja, da müssen wir. Da kommen auf jeden Fall Flitzer als erstes. Na, die ganz Großen schafft es ja nicht, ne? So, wir können alle auf eine Seite durchjagen. Dann müssen wir nicht... Ach, du hast die andere Seite schon zu. Alles klar. Gut. Dann... Ähm, ich spikee. Spiken, 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 spiken... So, meinst du es reicht? Go. Okay, ich setze hier noch. Wir werden es sehen. So. DieIME strechen durch die Inter Base! Chibt es die Fluchtfluchtflucht? compromise Sie nach Recht. Wenn das nicht abgesagt, etwas zu varsa. Ja, dass wir gut sind. Danniencies müssen Sie sich gut ins writeern. Aua, Aua, Aua. Mein Neck, my everything. Naja, wie immer. Der Boss kommt gleich von der anderen Seite. Aber vorher müssen wir dezimieren. Sieht gut aus. Gerade. Der Boss ist weg. Achso, es sind noch zwei. Entschuldigung. Die anderen zwei kleinen habe ich übersehen. Gut. Okay, ich habe kein Geld mehr. Alles gut. Ja, ne? Okay. Ne, muss ich nicht. Ne, ne. Das passt alles. Das könnte sogar Zeit, Zeit werden. Na, schade, schade, schade. Mal gucken, wie viel hätten wir gebraucht? Das sah ziemlich gut aus. Zeittechnisch. So, das war auf jeden Fall Tore von T-T-T-Punkt. Boom. Eine Kiste für mich. 7, 0, 5. Echt? Aber da sind wir doch noch. Ne, gut. Aber wir waren ja auch nur zu zweit, ne? Und, was gibt's schönes? Zerstampfer und Schleuderfalle. Da kann ich beides verbessern. Oh, ich kann fünf Sachen verbessern. Stachelfalle, 1000. Das ist erstmal das Wichtigste. Boing. Klasse 4. Haha. Die nächste kostet schon 1300 pro Stück. Sehr geil.